Die letzten warmen und schönen Tage im Jahr vielleicht, es ist schon für was eine Erleichterung, in diesem durch Temperatur verbesserten Sein zu leben, denn zumal alle Hürden erledigt sind, der Rentenantrag ist gestellt, die Steuer ist abgegeben, nichts was noch erledigt werden müsste. Aber zu glauben, im Paradies zu sitzen und nur noch Zeit für sich zu haben und dann mit der Frage dieser Zeitlichkeit und dieser Existenz selbst konfrontiert zu sein, ist eine sehr vereinfachte Vorstellung, dass dies Paradies irgendwas von dem ja Punkt, Punkt, Punkt.